Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter Verstehen und Anwenden. In diesem Modul liegt der Fokus auf der Umsetzung von Energiemanagement in der Praxis. Dafür gehen wir auf die allgemeinen Vorteile von der Energiemanagement-Software ein und stellen grundlegende Funktionen am Beispiel des Gewerbekundenportals von Green Pocket vor. Im ersten Modul dieser Videoreihe wurde erläutert, warum Energiemanagement sinnvoll ist. Aber neben der Lastspitzenoptimierung und den Energieprognosen gibt es weitere Funktionen, die Ihnen helfen, die Energiekosten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mit der Green Pocket Energiemanagement-Software werden gemessene Energiedaten automatisiert eingelesen und zur einfachen Verständlichkeit visuell aufbereitet. Des Weiteren können regelmäßige Berichte versendet oder zusammengestellte Analysen vom Nutzer als Favorit gespeichert werden. So wird der manuelle Aufwand, Ihre Energie- und Kostendaten zu betrachten, stark reduziert. Außerdem können Schäden oder Leckagen frühzeitig erkannt werden. Hierbei helfen Alarmregeln, die bei ausreißendem Verbrauch ausgelöst werden. Durch die KI-Unterstützer Anomaliedetektion kann außerdem frühzeitig erkannt werden, ob eine PV-Anlage Strom erzeugt oder bereits ein Bauteil defekt ist. Um KPIs zu überwachen oder einzelne Standorte und Abteilungen miteinander zu vergleichen, können Kennzahlen fürs Benchmarking individuell betrachtet werden. Zusammen mit der intuitiven Bedienung und Darstellung wird so innerhalb der Softwarelösung Transparenz, Verständnis und Sicherheit, über den Energieverbrauch, Kosten und den CO2-Fußabdruck geschaffen. Die GreenPocket Software bietet zahlreiche Funktionen, um den Energieverbrauch im Blick zu haben und kontinuierlich zu verbessern. Dazu zählen beispielsweise die Lastgang-Analyse einzelner und mehrerer Standorte, das individuelle Dashboard, die Berichte und Alarmfunktionen, der Formeleditor und das Maßnahmenmanagement. Einige davon werden wir nun im Detail vorstellen. Falls Sie sich einen schnellen Überblick über die Verbrauchs- oder Erzeugungsdaten Ihres Unternehmens verschaffen wollen, können Sie dabei aus einer Reihe von verschiedenen Dashboards wählen. Das Übersichts-Dashboard bietet eine Zusammenstellung der relevantesten Kennzahlen Ihres Unternehmens. Dabei werden Verbrauchs- und Kostendaten aggregiert und visuell aufbereitet. Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick über Ihren CO2-Fußabdruck. Das Erzeugungsdashboard kann genutzt werden, falls Sie neben dem Netzbezug auch Erzeugungsanlagen haben und in das Netz einspeisen. Auf dem Erzeugungsdashboard wird der Stromfluss in Ihrem Unternehmen dargestellt. Zusätzlich wird der Eigenverbrauch berechnet und daraus die eingesparten CO2-Emissionen abgeleitet. Umfasst Ihr Unternehmen mehrere Standorte, werden diese auf dem Karten-Dashboard dargestellt. Durch Signalfarben wird angezeigt, ob der Verbrauch des Standortes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher oder niedriger ausfällt. Zur genaueren Betrachtung der Daten stehen Ihnen mehrere Analysen zur Verfügung. Mit der Betrachtung von Lastprofilen können grundlegende Aspekte wie Lastspitzen oder die Grundlast analysiert werden, die wir schon zuvor in der Videoreihe kennengelernt haben. Zur Identifikation von Abweichungen Ihrer Energiedaten zur Vorjahresperiode eignet sich das Einsparungsfeature. Hierbei werden Abweichungen farblich und tabularisch dargestellt. Darüber hinaus kann dieses Tool genutzt werden, um die Einsparziele Ihres Unternehmens zu überwachen. Die gewünschten Einsparungen können Sie einfach über einen Slider in der Nutzeroberfläche eingeben. Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig in die Energiemanagementsoftware zu schauen, versorgt Sie das Screen Pocket Portal auch so mit den wichtigsten Informationen. Über das Berichtsfeature können Ihnen und weiteren Empfängerinnen Berichte mit allen relevanten Informationen gesendet werden. Hierfür können Berichtsvorlagen mit Komponenten aus dem Portal frei zusammengestellt werden. Diese werden in einem von Ihnen gewählten Rhythmus versendet. Damit Sie im Fall von Schäden oder Leckagen nicht erst im nächsten Monatsbericht informiert werden, überwachen unsere verschiedenen Alarmfeatures durchgehend Ihre Energiedaten und alarmieren sie unverzüglich. Während Alarmregeln bei Über- oder Unterschreitungen von fest definierten Grenzen ausgelöst werden, identifiziert die KI-Geschütze Anomalie-Detektion Abweichungen unter Betrachtung von Wetter- und historischen Energiedaten automatisch. Es lässt sich ein Toleranzbereich einstellen, der festlegt, wie empfindlich das Tool gegenüber Abweichungen reagieren soll. Bei gefundenen Abweichungen werden die hinterlegten Empfänger benachrichtigt. So viel zur Vorstellung einer Energiemanagement-Software. Im nächsten Video schauen wir uns den Einsatz mobiler Messtechnik genauer an. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video.